Moin ihr Baggerlooten. Mit einer halben Rose gehen wir in die nächste Kammer. Ich bin ja jetzt schon hellauf begeistert. Na? Oh, danke. Zwei ein Halb ist besser als eine Halbe. Wenn auch nicht viel. Aber wer will motzen? Wer will denn motzen? Na? Einfach mal akzeptieren. Und sich über das freuen, was man hat. Zerschlage alle Behältmisse und Rosen für die Gesundheit. Deine Mama. Na, Baby? Oh, nee. Wow, wow, wow. Aua, au. Was sind denn das für Scheißdinger? Pfft. Ja. Ja. Erinnert ihr euch noch, wie ich letzte Folge sagte, hey, wir könnten eventuell hier mal auf Altraum schalten? Freue mich jetzt schon hart. Das war ein Halb, immerhin. Alter, das wird nix. Das wird nix. Das ist ein krasser Raum. Und ich will gar nicht wissen, wie krass der dritte wird. Da ist auch noch so ein Ding. Da ist auch noch so ein Ding. Okay, der ist hin. Aua. Aua! Ich wollte eigentlich das hier einsammeln. Okay, wieder ihn hier. Aua. So. Jetzt nur noch du und ich, Freundchen. Na los, was bist denn du für einer, hä? So, und in dein Gesicht, Junge. Was ist eigentlich mit dem hier? Hast du da Spaß dran? Putz! Steckenpferd auf Doom. Schockt hart. Knaspe den gleich mit dem... Au! Mit dem Steckenpferd weg. Komm ran da. Steckenpferd ist vielleicht nicht die kurze Idee. Obwohl, ausweichen wäre vielleicht noch besser. Ja, aber gehört ausweichen so eine gute Idee sein. Die sind doch cool, die Dinge. Wow! Ach, komm schon! Der taucht ganz anders auf. Das ist voll doof. Ja, das ist trotzdem voll doof. Mann. So, komm. So. Ab geht die Party und die Party geht ab und ich sag, hey, ab in den Norden. Aufgepasst, halt Augen und Ohren nach irgendwelcher Scheiße auf. Ey, oh, was geht? Halt sie einfach auf. Ey, oh, was geht? Okay. So. Okay, der ist hin. So. Okay, jetzt... Den. Ja, haben wir alles eingesammelt. Dankeschön. Der ist noch ein Zahn. So hin da. Rauf da. Ins Gesicht. Einfach kannst du hier die Springtaste drücken. Das ist dann super. In dem Moment kann man das super machen. Habe ich geschafft. Habe ich gepackt. Und jetzt Randa. Randa, Miranda. Linda. The Rettungslander. Ah, falsches Spiel. Wollte sagen, falsches Universum. Aber das... Okay, das würde auch stimmen. Ausgewichen. Ausgewichen. Ah, nicht so wirklich ausgewichen. Wow. Kannst du draufhauen? Was soll denn das? Ja, und nu? Alter. Ah. Okay, nächster Treffer und ich bin hin. Ich würde gerne nicht hin sein. Machst du bitte mal Sachen? So, Randa, Randa. Und jetzt hast du ihn. Oh, immer noch nicht. Schnell, komm. Nur aber... Ja, Rose. Ja. Alter. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhöhtes Gebet. Warum stelle ich mich nicht mal so bei Leuten vor? Hä? Warum? Wie ich es hier überhaupt nicht sehe. Ich sehe... Ich sehe es nicht. Ich sehe es halt einfach nicht, weil ich mich nicht schrumpfen konnte in der Hysterie. Okay. Okay, jetzt verstehe ich das auch mit dem Schaden. Ich muss in diesem Licht bleiben. Ich muss im Licht bleiben. In der Dunkelheit ist scheiße. Oh, guck mal hier. Wird es dunkel schon? Jetzt wird es dunkel. Und nun? Ich habe noch nicht getroffen. Ich könnte kotzen vor Freude. Also, wenn es nicht ganz so traurig wäre. So, mal gucken, dass ich hier schnell noch regenerieren kann, was ich kriege. Okay, nur der eine hüpft. Äh, der eine ist beweglich. Ne, der andere auch. Oh, da ist er schon. So, und schnell auf den Moment warten, wenn er sich bewegt. Ich würde mal behaupten, das passiert gerade. Hätte recht. Äh, und jetzt? Achso. Ja, wo ist das, wo ist denn das Teil jetzt? Ist das eigentlich ein Seepferdchen, ne? Wuhu. Brotz. Nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Ja, mit deinem Schiff. Nenne Schiff. Andere Leute nennen es an mir. manche Kadaver. Ja, natürlich beeige ich mich. Aber du, Kumpel, du bist auch immer noch so ein Leuchtener. Das gefällt mir immer noch nicht. Aber das Gefühl, das wird nicht so gut ausgehen mit denen. Oder sehe ich das vielleicht auch einfach nur falsch? Wir haben echt schon lange keine blöden Schweine Schnauzen mehr gehabt. So. Das hat auch nochmal genommen. Schön aufgepumpt. Alright, 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 alright. Wupp. Jupp, umdrehen. Ach man, ich will ihr doch mal... Hallo? Ich bin schon ein Kerl, der möchte gerne den Mädels auch mal ins Gesicht sehen. Mann, schlägt in der Verfeilung. Keine Verteidigung. Das ist schön. Oh Gott. Na, was kommt jetzt? Scheint nur er, oder? Ach komm schon, dein Ernst. Au. Au. Konzentrieren. Also, aber kommen die Teile die ganze Zeit, oder was? Ich befürchte, die spawnen die ganze Zeit. Ja, die kommen auch die ganze Zeit. Ach, das ist ja nervig. So, wo ist der... Da ist der Geist. Ach. Ja, wo ist er jetzt? Nein. Na, Mann. Das ist total kacke Arsch. Wow. Oh, das ist gemein. Wegen dem... Einfach wegen der... Oh, aha. Weil es hier einfach zu viele Ziele gibt. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Oh, danke schön. Oh, dafür haben wir den aber auch beim ersten Mal gekriegt. Na, was sagt sie? Komm. Glaub mir, wir haben noch mehr Ärger. All right. So immer erst warten, bis er dann mit dem Licht soweit ist. Wow. Alter. Fischi. Nein, nein, nein. Das war doof. Eie, ei, 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 ei. Okay. Wo passiert was, wenn ich das hinlege? Da. Und der bewegt sich auch schon. Okay. Hä? Wo ist er hin? Da war doch gar noch einer. Der verarscht mich doch. Ich darf das auch nicht zu früh machen, aber auch nicht zu spät. Mann. Und jetzt hat... So, jetzt. Ich sehe es wieder nicht. Und jetzt? Ach, dahin. Und wo geht es jetzt gleich hin? Danke, dass du mir hier ein bisschen Zeit gönnst. Das ist sehr nett von dir. Da hin geht es. Okay, das machen wir jetzt. Zwei? Hä? Wie? Oh! 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 Das ist doch eine Verarsche, ist das doch! Ich habe hier bestimmt irgendwas Tolles verpasst, oder? Alter! Finne! Vorhin erst der Kampf und dann so ein gemeines Sprungrätsel. Das ist richtig kacke. Da hinten ist noch eine Erinnerung oder etwas in der Art. Wo passieren Dinge? Eins? Hä? Wie jetzt? Zwei? 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 Oh Gott, wie ich es nicht sehe. Okay, aber ich habe die Flasche eingesammelt. Ich glaube, das zählt. Das reicht mir. So, okay. Okay. Oh, bitte lass mich jetzt nicht zu sehr im Dunkeln sein. Alter. Doch, jetzt bin ich aber. Scheiß drauf. So ist es recht, der. Geschafft. Zurück zum Schiff mit mir. Mit Ehren. Mein Ehren. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und gelohreiche See. Dann Attacke. Mach mal. Viel Spaß. Reisen soll man nicht aufhalten, ne? War das nicht so? Ach so, das war es jetzt. Hier ist nichts mehr. Ach ja. Nö. Okay. Ja, ich weiß. Wir hatten das schon gelootet. Hätte ja sein können, dass wir es zweimal looten können, ne? Manchmal darf man auch mal gierig sein. So, sind das irgendwelche Fischköpfe? Wie war das hiermit? Hatten wir das hier schon? Nee. Guck mal. Das haben wir hier. Hier, das haben wir noch gar nicht. Also zumindest nicht alles. In Alice. Alles. In Alice. Alles in Obi. Oder Alice. Alles rein in... Moment, das ist falsch. Nee. Nee. Das war so nicht richtig. Aha. Guck mal, was er entdeckt hat. Schön. Secrets. Ein Haufen voller Secrets. Guck mal. Eine Flasche noch. Ein Radularraum. Ja, definitiv sind wir in ein paar Schnauzen vorbei. Erinnerungen noch drei. Das ist doch jetzt ein Secretraum, hoffe ich, oder? Ein größerer. Ich kann das gerade genauso wenig sehen, wie ihr hier. Ich sehe das nur dank diesen Gedöns hier da. Fischi. Doktor Fischi. Wir haben echt schon lange keine Schnauze mehr gefunden. Kein Plan, wo die stecken. Oh. Wie gesagt, es war Runterfalltag. Ja, scheiße. Ganz zwar am Anfang an. Ach, wir waren schon voll. Na, verdammt. Wie soll ich das denn machen? In Ernst? Die verschwinden hier total schnell. Ja. Genau. Alter, finde... Nein, 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 Gott. Ey, das Spiel ist noch da, aber wir hängen hier halt so ein bisschen rum. Ich kann doch nicht mehr hüpfen. Was sollte ich sonst tun? Was sollte ich sonst tun? So, da will ich jetzt noch hoch. Ah. Ey, das geht auch ganz schön schnell wieder weg hier. Normalerweise bleiben die immer noch so ein bisschen da, aber hier hauen die echt flott ab. Oh. Ich hab mich... eingeschissen. Nein. Mann. Wie, 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 wie. Seh doch mal zu, da, du... Ah, es ist... Was hat er vorhin gesagt? Irgendwas hat er gesagt. Der blöde Sack. Der Zimmermann. Zu blöd zum Springen. Okay, der Springen ist nicht das Problem, das Landen. Ist auch genauso wie das Thema mit der Höhenangst, ne? Die meisten Menschen haben ja eigentlich keine Angst vor der Höhe, sondern eigentlich mehr vor dem Aufprall, wenn man fällt. Hab ich mir sagen lassen. Okay. Der halbe Schneidersitz. Der halbe Schneidersitz. Der halbe Schneidersitz. Das müsste klappen. Weil wir waren ja schon eigentlich schon dran. Na? Ich hab's doch noch gesehen, Mensch! Der halbe Schneidersitz war jetzt nicht das Geheimnis. Vielleicht muss er sich auch erstmal kurz einkollaborieren. Das ist ein anderes Wort für Kartoffelsalat machen. Einkollaboral. Hab ich gerade gesagt? Da fuß. Da fuß. Okay, es hat geklappt. Oh! Oh, das ist auch ein schöner Spruch gewesen. Ach, warte mal. Ich kam jetzt von da irgendwo. Warte mal. Und wo bin ich durchgegangen? Und hier kam ich richtig, ne? Und dann ist der Seemann. Und von da, da bin ich da. Ah, genau. Da war das. Da war das. Und nicht anders. Ei, 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 ei. Themenvorschläge bitte immer noch unten in die Kommentare. Jahre. Ist hier jetzt irgendwas Heftiges oder? Ach, was Kleines zum Looten. Das nehmen wir auch noch mit. Ne? Wir wollen ja jetzt auch nicht hier 200 Folgen Alice haben. Oder? Wollt ihr 200 Folgen Alice haben? Ich werde das Spiel tatsächlich auch nur so fürs Let's Play auch nur einmal durchspielen. Obwohl ich dann keine 100% haben werde. Aber Let's Play reicht einmal, finde ich. Kurz erschrocken. Alles klar. Beim Zimmermann und dem, ja, dem Walross halt. Hört sich ja vor, schätze ich mal. Sage ich zu euch wieder, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht, das zu machen. Äh, ja. Winke, winke, ciao und tschüss.